Fünf Motorradfahrwerksmythen oder auch Fehlerverkettungen, die man im Motorradsport so machen kann. Es gibt wahrscheinlich auch bestimmt mehr, aber ich habe jetzt mal fünf Stück zusammengeschrieben und die möchte ich euch heute mal vortragen und vielleicht könnt ihr daraus euch selbst in manchen Situationen wiedererkennen und wisst dadurch durch dieses Video auch, wie ihr vielleicht in Zukunft das eine oder andere anders machen könnt. Start mal rein, ich habe mal Notizen gemacht. Typisches Problem, die Gabel ist zu weich oder die Gabel geht sogar auf Block, dann macht man die Gabel härter. Das ist ein großes Problem, das liegt halt auch daran, dass der Hersteller auf die Gabel draufschreibt, drehst du nach rechts, wird sie härter, drehst du nach links, wird sie softer, also mit S und H. Da wird hauptsächlich auch in der Dämpfung die Zugstufe verstellt. Wenn ich eine zu softe Gabel habe und die vielleicht auch zu softe Federn drin hat und die dadurch auf Block geht beim Anbremsen, oder zu weit runter geht oder wie auch immer, dann wird oft der Irrtum gemacht, dass man die Gabel härter dreht. Dabei dreht man, wie schon gerade eben gesagt, die Zugstufe härter oder eigentlich sogar falsch, weil die Zugstufe wird nicht härter, sondern sie wird einfach nur langsamer, sprich die Gabel federt dadurch langsamer aus. Und das hat nichts mit härter zu tun, sondern sie wird eben langsamer. Der Nachteil an dem Schließen der Zugstufe ist, dass die Gabel langsamer wieder zurückkommt in die Neutralposition. Das heißt, die Gabel kann beim Anbremsen, die macht hier einen gewissen Weg, sagen wir mal von 100 Millimeter, dann kommt eine Welle und dann federt die Gabel noch weiter ein durch die Welle und die Zugstufe hält die Gabel dann in diesem weiter noch eingefederten Weg und lässt die aber bis zur nächsten Welle nicht wieder zurückkommen. Das heißt, die stempelt sich nieder. Das heißt, die Gabel wird quasi dadurch noch tiefer, als sie eigentlich schon war und das vermeintliche Aufblock gehen wird durch das Zudrehen der Zugstufe eher noch verschlimmert, anstatt besser gemacht. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Trugschluss aus dem Ganzen, wenn auf der Gabel draufsteht, nach rechts H, nach links soft, weil man will ja offensichtlich, denkt man, nicht softer gehen, als es jetzt schon ist, weil es ist ja offensichtlich zu soft. Also muss ich natürlich einen anderen Weg gehen und gehe härter. Dabei wird es aber noch schlimmer und die Gabel geht noch viel eher auf Block, als wie vorher. Hier wäre die richtige Lösung, die Zugstufe definitiv aufdrehen. Also weniger Zugstufe, die Gabel schneller ausfedern lassen und wenn ich mit meiner Gabel die Möglichkeit habe, eine Druckstufe zu verstellen, dann würde ich eher noch vorschlagen, die Druckstufe zu erhöhen, obwohl selbst das eine auf Block gehende Gabel wahrscheinlich nicht davor abhalten wird, dass sie dennoch auf Block geht. Allerdings, sie geht ein bisschen später auf Block, weil durch die erhöhte Druckstufe die Gabel langsamer einfedert, somit wiederum nur die Geschwindigkeit verändert wurde. Der richtige Weg wäre natürlich, eventuell die Federrate zu erhöhen oder auch das Luftpolster zu verkleinern. Aber auf keinen Fall die Zugstufe zudrehen. Ein weiterer groß verbreiteter Irrglaube ist einen höheren Gabelüberstand, sprich das Motorrad tiefer machen, indem das die Gabel dann quasi mehr über die Gabelbrücke hinausschaut, für ein besseres Handling. Das ist ein großer Druckschluss, den auch ich Jahre zuvor, bevor ich mich mit dem Thema massiv auseinandergesetzt habe, mit dem Thema Fahrwerk gedacht habe. Aber nein, es ist nicht so. Wenn man ein Fahrwerk, ein Motorrad über den Gabelüberstand ein bisschen tiefer legt, bekommt man in manchen Situationen mehr Gewicht als Vorderrad, wenn es denn nicht schadet. Das wiederum kann dir helfen, dass du die Radien schöner halten kannst. Das heißt aber nicht, dass du dadurch das Handling verbesserst. Weil beim Handling geht es ganz viel um Hebelwirkung. Und im Handlingbereich sprechen wir von aufrechten Schräglagen zwischen minus 20 und plus 20 Grad. Also alles, was Richtungswechsel, Schikanen, schnelle Wechselkurven etc. ist. Da brauche ich ein handliches Motorrad, das schnell Richtung wechselt. Zum Richtungwechsel des Motorrads haben wir zwei Werkzeuge. Das ist einmal unser Körpergewicht über die Fußrasten und zum weiteren, natürlich das wichtigste, der Lenkimpuls. Also einmal drücken, einmal ziehen, im besten Fall gleichzeitig. Und umso tiefer ich das Motorrad mache, desto tiefer sind auch meine Lenkerstummel an der Gabel montiert. Umso tiefer die Lenkerstummel montiert sind, desto geringer wird die Hebelwirkung zur Lenkachse. Das heißt, ich verringere meinen Hebel von den Händen zur Lenkachse, was wiederum das Handling sogar verschlechtert. Also macht es oft auch Sinn, ein Handling im minus 20 bis plus 20 Grad Schräglagenbereich zu verbessern, indem ich das Motorrad quasi höher mache oder zumindest den Hebel zwischen Lenkerstummel und Radachse erhöhe. Mehr Hebel, weniger Energie, einfaches Gesetz, einfache Physik hat jeder schon mal gefühlt, indem man eine Schraube mit einer längeren Ratsche besser aufmachen kann. Also ganz wichtiger Fall, Handling nicht verbessern durch das tieferen Motorrad, eher durch das höhere. Bremsstabilitätsprobleme und daraus resultieren, das Zudrehen von Dämpfung und Federvorspannung an der Gabel. In vielen Fällen ist eine schlechte Bremsstabilität, die das Motorrad beim Anbremsen in eine gewisse Schlingerbewegung oder das Hinterrad wird leicht Bewegung bringt, sucht man oft das Problem an der Vorderachse. Das heißt, man dreht alles zu, man macht die Gabel härter, die Zugstufe wie im ersten Fall schon beschrieben und so weiter und so fort. Meistens ist das Problem allerdings auf der Hinterachse. An das denkt man natürlich beim Anbremsen im ersten Moment nicht unbedingt. Wenn du am Ende der Stadzilgeraden oder am Ende einer irgendeiner Geraden das Gas zumachst und abrupt in die Bremse greifst, dann geht das Gewicht und die Energie des Motorrad nach vorne und die Gabel federt ein. Das heißt, die Gabel nimmt das Gewicht auf. In dem Moment sollte es auch der Fall sein, zugleich wie die Gabel einfedert, dass das Heck ausfedert. Wenn aber das Heck nicht ausfedern kann oder zu langsam ausfedert, was passiert? Das Hinterrad und die Schwinge kann quasi nicht ausfedern, sondern eben das Hinterrad und die Schwinge kommen mit nach oben. Dementsprechend verlässt das Rad, das Hinterrad, die Führung auf dem Asphalt und bietet dem Motorrad keine Führung mehr. Dementsprechend wird es hinten leicht. Das muss deswegen nicht gleich wie Toprak-Style sein, aber das reicht schon, wenn es eben nicht mehr den massiven Patch am Hinterrad am Boden hat, damit das Hinterrad mitführen kann beim Bremsen. Und dementsprechend kriegst du natürlich sofort große Augen und sagst, ich muss die Bremse wieder lösen, damit du wieder Gewicht aufs Hinterrad kriegst. Hier wäre eher der richtige Weg, das Problem an der Hinterachse zu suchen. Zum einen, federt denn die Hinterachse weit genug aus? Habe ich viel genug Negativ-Federweg? Kann die Hinterachse weit genug ausfedern und vor allem kann die Hinterachse schnell genug ausfedern? Wenn ich nämlich im übertriebenen Sinne viel Zugstufe habe, und seit heute wissen wir, dass Zugstufe nur die Geschwindigkeit des Ausfederverhaltens ist, wenn ich denn zu viel davon habe, dann kann es passieren, dass das Rad schon abgehoben ist, bevor der Dämpfer überhaupt komplett ausgefedert ist. Von dem her, diese Faktoren beachten und auf der Hinterachse suchen, bevor man sich auf der Vorderachse den Wolf sucht und eventuell Ansprechverhalten und Losbrechmoment unnötig massiv verschlechtert für nichts und wieder nichts. Ein weiterer großer Mythos und auch ein großer Irrglaube ist das vermeintliche Einstellen auf mein Körpergewicht. Das wird natürlich extrem suggeriert. Jedes Benutzerhandbuch von jedem Motorrad lest man das Einstellen auf mein Körpergewicht. Die Negativ-Federwege messen. Jeder kann Negativ-Federwege nachgoogeln. Es gibt viele im Internet. Auf meinem Kanal gibt es darüber nichts, weil das Thema Negativ-Federwege eigentlich so viel mehr komplex ist, als ich es in 10 Minuten erklären kann. Genau aus dem Grund gibt es auch unserem Fahrwerksratgeber, Werbung an dieser Stelle für uns selbst, einen 4,5 Stunden Videoratgeber, wo es genau um ganz viele Basics und ganz viele fortgeschrittenen Themen geht, rund ums Thema Fahrwerk, unten in der Beschreibung verlinkt. Das Problem an dieser Sache ist, die eine Feder, die das Motorrad in dem Auslieferungszustand vom Hersteller mitgegeben hat, also das ist ja im Endeffekt normal, der Hersteller muss ja irgendeinen Kompromiss ausliefern. Der weiß ja nicht, wie schwer du bist. Fährst du mit Sozius? Wie schwer ist dein Sozius? Fährst du alleine? Fährst du flott Straße? Fährst du auch Rennstrecke damit? Wie auch immer. Dein Einsatzgebiet, dein Körpergewicht, dein Speed, auch der Speed ist entscheidend. Der Speed macht eine massive Einwirkung in Form von Kompression aufs Motorrad, eben aufgrund der aufbauenden Schräglage und Kurvengeschwindigkeit. Wird massiv unterschätzt. Das multipliziert sich enorm in Form auch des Gesamtgewichts, der Umfangkraft, die auf das Motorrad wirkt. Von dem her kann der Motorradhersteller nur eine Feder ausliefern. Komischerweise, wenn du aber dir eine Öl ins Cartridge kaufst, hast du da oft drei, vier verschiedene Federraten für die Vordergrabel mit dabei. Das hat einen Grund, weil du mit der Einstellung der Federvorspannung nur bedingt das Körpergewicht für statischen und negativen Federweg einstellen kannst. Das heißt, wenn du auf das Körpergewicht im dynamischen Bereich den negativen Federweg einstellen kannst, dann wirst du keinen statischen negativen Federweg mehr haben. Dementsprechend wirst du Unebenheiten in Form von negativen Federbewegungen, also sprich Schlaglöchern, dementsprechend stark wahrnehmen. Das Motorrad wird stark hineinfallen. Du wirst eine starke Willeneigung haben. Du wirst wenig Bremsstabilität haben an der Hinterachse, weil das Fahrwerk hinten nicht weit genug ausfedern kann und so weiter. Das heißt, zu weiche Federn aufgrund von der Suggerierung, wir können jede Feder auf jeden Fahrer einstellen, führen zu wahnsinnig vielen Defiziten, die man allerdings in der Regel nicht kennt und nicht weiß. Von dem her, Federrate ist mit nichts zu ersetzen, außer mit noch mehr Federrate. Ganz, ganz wichtiges Thema. Bitte, bitte merken. Der fünfte und somit letzte Mythos in meiner jetzigen Videoserie ist, meine Gabel geht auf Block. Oh mein Gott. Ich habe schon ein ausführliches Video dazu gemacht, aber es ist wohl immer noch nicht bei jedem angekommen, deswegen möchte ich es nochmal explizit sagen. Eine Gabel hat 120 mm Federweg in der Regel. Natürlich abhängig von Motorradart und so weiter, aber ein normaler Supersportler hat in der Regel 120 mm Federweg. Diese gilt es auch zu nutzen. Wenn ich 120 habe, möchte ich gern 119 nutzen. Natürlich, wenn ich 120 nutzen würde, wäre es ein theoretischer Block. Der Vorteil eines maximalen Nutzens des Federwegs ist der, ich kann so soft wie möglich geben. Die Federrate wird angegeben in Newton pro Millimeter. Das heißt, wie viel Kraft sind notwendig, um einen Millimeter einzufedern? Wenn du jetzt mit zwei 10 Newton Federn bei 120 mm Weg auf Block gehst, dann kannst du das über den Weg theoretisch errechnen, wie viel Energie jetzt auf die Gabel gewirkt hat. Dementsprechend kannst du das ausrechnen. Wenn du jetzt aber nur 100 mm von den 120 nutzt, dann kommt da nicht mehr Energie rein, weil du halt auch nicht schwerer bist. Du wirst halt vielleicht auch nicht mehr schwerer. Von dem her macht es Sinn, die Federrate geringer zu bestücken, damit ich auf die Newton pro Millimeter über den Gesamtweg dann wieder 119 mm nutze. Der Vorteil an einer softeren Feder gegenüber einer weicheren in der Gabel ist offensichtlich das Losbrechmoment oder das Losbrechansprechverhalten speziell in maximaler Schräglage. In maximaler Schräglage bin ich denn nie am Ende des Federwegs, sondern ich bin immer nur, sollte zumindest in der Hälfte des Federwegs irgendwo sein, aufgrund der Kompressen in Schräglage. Und da will ich eine Gabel haben, die super soft anspricht. Weil alles, was ich nicht will, ist das Spüren von Bodenwellen in maximaler Schräglage, weil das bringt ja natürlich definitiv kein Vertrauen, noch schneller durch die Kurve zu fahren. Deswegen brauche ich da maximales Ansprechverhalten, was nur möglich ist. Und das geht nur mit so hart wie nötigen Federn und nicht unnötig harten Federn, damit ich noch 20 mm Restfederweg beim vollen Anbremsen habe. Weil 20 mm Restfederweg bei 120, das ist halt mal ein Viertel, das ich im Endeffekt wiederum verschenke. Deswegen, wenn beim Anbremsen die Gabel nicht auf Block geht, im Sinne von, die schlägt durch, dass es richtig mal ein Pam-Pam-Pam macht, dann habt ihr im Endeffekt nicht wirklich ein Problem und somit sollte man auch damit zufrieden sein. Also nur weil der Hubindikator oder der Kabelbinder, whatever, weit nach unten geht, heißt das nicht, dass die Gabel auf Block geht. Ihr wisst nämlich auch nicht, wie weit die Gabel tatsächlich gehen kann. Und das kann man wiederum nur herausfinden, indem man von der Gabel die Feder ausbaut, die Gabel aber wieder zusammenbaut ohne Feder und dann ohne Feder zusammenschiebt und schaut, wo entsteht ein tatsächlicher mechanischer Block. Erst dann kann man beurteilen, aha, da geht die Gabel auf Block und dann weiß ich auch, wie weit er sich theoretisch wirklich gehen könnte. Also nur weil der Hubindikator weit unten ist, heißt das nicht viel, weil auch verschiedene Gabeln verschiedene Wege haben. Eine BMW-Gabel zum Beispiel geht massiv weit nach unten, währenddessen eine Honda SC82-Gabel irgendwie nicht weit nach unten geht, weil die Gabel länger ist. Das heißt, es gibt verschiedene Bauweisen, verschiedene Bauarten. Das bedenken, aber solange ihr beim Anbremsen keinen wirklichen Durchschlagen habt, seid ihr theoretisch erst einmal im sicheren Bereich. Und einen mechanischen Block, den merkt ihr ganz ordentlich. Also, ich hoffe, das war so ein bisschen Insight aus den fünf Fahrwerksmythen im Motorradsport. Es gibt bestimmt noch mehr, vielleicht mache ich mir Gedanken und schreibe euch noch mehr zusammen, um hier am Laufenden zu bleiben. Bitte aboniert gerne den Kanal, gibt es ein Video, einen Daumen nach oben. Teilt es mit euren Freunden, damit auch die vielleicht das ein oder andere im Nachhinein mehr verstanden haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.